Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sekiro hier in der Desaster Area mit mir, dem Arane. In der letzten Folge ist diese verflixte Schlange schon wieder aufgetaucht, aber wir konnten dank der Fähigkeit, dass wir jetzt tauchen können, einfach so unter der Durchtauchen und das war dann auch eigentlich kein Problem, der aus dem Weg zu gehen. Aber jetzt sind wir erstmal in so einer Höhle gelandet und ich bin mir sicher, dass es noch nicht das letzte ist, was wir da gesehen haben. Wir haben wieder einige nette Prothesen und Perlen und anderes cooles Zeug aufgelesen. Und damit haben wir jetzt hoffentlich ein Mittel, um mit dieser Schlange da zurecht zu kommen. Und ich habe keine Ahnung, was dieser Ast hier soll, aber wir werden es schon noch rauskriegen. Vielleicht muss man hier, so, und dann kann man da hoch, ja, ob es jetzt so gewollt war oder nicht, keine Ahnung. Ich hätte auch einfach von unten da hoch springen können, weiß ich nicht. Das sieht aber so aus, als wäre hier auch noch Stuff. Oder ist das, nee, das ist der andere. Und dann kann ich aber, nee, das ist nur der Ast. Okay, nix. Nix, was man sonst noch wissen müsste hier über diesen Raum. Gut. Dann bin ich mal gespannt, ob die Schlange wirklich noch ihr anderes Auge verliehen wird. Es wäre jetzt total cool, wenn man dann ihr das zweite Auge auch noch kaputt macht. Und dann ist er halt komplett blind, logischerweise, und kann nicht mehr sehen. Und dann, ähm, dann, äh, knallt es halt nur noch so von einer Wand in die nächste und weiß nicht mehr, wohin. Und ist total desorientiert. Und du kannst dann einfach so den Gnadenstoß versetzen und das war's dann. Das wäre eigentlich sehr cool. Aber gut, bleibt abzuwarten. Vielleicht kann man sie auch gar nicht umbringen. Und sie wird uns die ganze Zeit übertrollen. So. Was? Affen! Affen mit Schwertern! Hör auf, Krieg zu spielen, Affe. Das ist eigentlich nicht gut für dich. Ich bin auch nicht für deine Art genossen. Das kann ich denen schon mal sagen. Heieiei geht's da runter. Also ich würde schon interessieren, ob ich diesen Stutz überleben könnte. Vielleicht, wenn ich den, äh, Todesstoß verpasse, dann überlebe ich automatisch. Das wäre cool. Äh, irgendwas zieht mich da. Und ich komme auch nicht weg. Ich kann nur da rüber. Nicht, dass wieder irgendwer auf ihn schießt oder so. Das hier scheint es nur Apfel zu geben. Die beste Frage ist, wie komme ich hier runter? Ich kann da versuchen, an diesem Ast mich dann festzuhangeln. Es sei denn, es geht einfach nicht. Oh cool, da unten ist ein Giftstoff. Also man kann anscheinend bis ganz nach unten. Holy shit. Nur diesen blöden Ast da, den konnte ich jetzt nicht greifen. gemein hat. Dann springen wir halt einfach auf diesen Stein hier. Und dann hier runter. Machen wir es halt so. So. Jetzt sind wir auf diesen Affen mit diesem Item. Und idealerweise sieht er uns nicht. Nein. Cool. Mal knallsam. Jawoll. Siehst du, als hätte ich zuerst hierhin gemusst, wenn ich den Schmetterling wirklich hätte umbringen wollen. Aber letztendlich haben wir es ja auch ohne geschafft. Von daher. Whatever. Keine Items in Sicht. Nur Affen. Wiedermenge Affen. Da ist ein Alter. Ein Berührungsmittel. Da ist noch ein Affe. Die Affen sind jetzt nicht die allergrößte Bedrohung der Welt. Hallo. Aber der hat mich erwischt. Unser volles Rohr. Oh. Der hängt da ein bisschen fest. Moment. Ich erlöse dich. Wo hab ich denn da? Das hat wehgetan. Ah, da unten ist doch noch ziemlich, ziemlich viel zu holen. Ich hab nur Angst, dass wenn ich einmal unten bin, ich an einem anderen relevanten vorbeifalle. Sodass es damals beim Hirata anwesen war. Und ich dann nicht mehr wieder zurückfinde. Ach, scheiß drauf. No-Shots kann ich auch nochmal zum letzten. Ähm, Dings mich zurückporten. Und es ist von da aus nochmal versuchen. Aua. Oh Gott, die haben mich voll in die Zange genommen. Oh Gott, da ist noch einer. Oh shit. Das waren mehr als ich gedacht hab. Ah, das ging schnell. Sterbt, ihr Affen. Okay, der steckt. Der hat ja ein Gewehr. Das darf ich jetzt erst. Wieso treffe ich den nicht? Was soll die Scheiße jetzt? Stürm. War einer gerade noch einer? Oder war das der, der seinen letzten Todesschrei von sich gegeben haben? Ich hoffe es wird dich, sonst bringe ich dich nochmal um. Ist das verwirrend hier. Da fällt mir gerade ein, ich hab den falschen Speer ausgelustet, oder? Ne. Nein, das ist schon der richtige. Okay. Gut. So, da unten war noch was. Die war nie mehr. Hey. Akkuskonfekt. Wow. Das war das Risiko nicht wert. Das sind noch mehr Affen. Wo gut, Affen sind überall. Hi. Das ist kein Affe. Ach. Vapia. So, weg damit Was hast du hier Schönes? Nein, mehr Kontaktmedizin Nicht so unbedingt das, was ich haben will Okay Das kommt mir bekannt vor Hier war ich schon mal Noch mehr Affen Das sind keine Affen Das sind Tengus, dammit Das ist auch noch so ein Feuer-Tengu-Typ Hier sind alles Feuer-Tengus Tauer, Rückzug Genau, komm her Am besten einzeln Autsch Scheiße, das war eine schlechte Idee Aber der ist tot Und das Feuer ist auch schon wieder vorbei Okay, so schlimm ist es gar nicht Okay So viel zu den Affen Die Affen waren mir lieber Die sterben schneller Ja, wer weiß, wo ich jetzt überall dran Wieder vorbeigerannt bin, aber Da ist ein Item Es ist ein Beruhigungsmittel Da sind jede Menge Affen Holy shit, sind das viele Ich gehe erst hier lang Ich habe bestimmt hier hinten irgendwas verpasst Garantiert Da geht es auf jeden Fall runter Noch weiter runter Okay, let's go Hallo Und tschüss Okay Da unten war ich definitiv noch nicht Da gibt es bestimmt noch irgendwas zu holen Nein, ich habe mich null gesehen Beziehungsweise viel zu spät gesehen Da ist noch ein Ast Das ist schon mal verdächtig Nichts zu holen? Nein Ast, einsamer Ast Was machst du hier? Okay 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 So komme ich wohl Ganz nach unten Die Frage ist Will ich ganz noch unten? Ach, der eine oder andere Weg ist doch egal, oder? Ey, ich wollte da hin Na super Ich bin in der Giftbrühe angekommen Das ist doch toll Wow, okay Ich gehe lieber wieder wieder an Dann hatte ich einen sicheren Stand Okay, ich weiß nicht, was das hier jetzt gibt Aber Wir sind jetzt erstmal hier In der Giftscheiße Giftscheiße dürfte in einem FromSoft Titel Natürlich nicht fehlen So, gehen wir doch erstmal hier rüber Direkt in die Giftscheiße, ey Na toll Ganz toll Hallo Was geht ab? Samurai-Affe Dem es völlig egal ist, dass ich den einfach so Versuch zu prügeln Oh, okay Da habe ich ihn vorher schon einen mitgegeben Da war der Konter dann Irrelevant Mann, ey Das ist wieder dieses Timing-Scheiß, wo ich genau dann zuschlagen will Wenn die zuschlagen Wow, okay Na Ach, dann habe ich nicht getroffen Komm her Komm her Jetzt aber Mann, Mann, Mann Okay Okay, das war ein ernstzunehmender Affe Aber jetzt ist es ein toter Affe Ob der respawnt? Ich hoffe nicht Ich glaube aber schon Da hat er ja keine Lebenspunkte oder sonst irgendwas Schön in den Giftful springen Gute Idee Aber er gibt es hier in Sekiro bisher gar nicht mal so schlimm Das ist also Das baut sich halt nicht so mega schnell auf Zum Glück Okay Hier wären wir wohl erstmal In der Sackgasse angekommen Auf in die andere Richtung Um das möglichst außerhalb von irgendwelchen Giftfulen So Erstmal einen Überblick verschaffen Da hinten sehe ich irgendwas Und da sehe ich auch was Und das da ist wesentlich näher Gehen wir erst hier rüber Ich glaube, das führt sowieso auch zu dem anderen Punkt Den wir gesehen haben Und zu einem NPC Okay, cool Noch mehr Knallsam Gibt es ganz schön viele von den Dingern Ist hier noch zufällig Irgendwas? Nee Nein Okay Dann rede ich jetzt mit diesem NPC Was geht NPC? Ach, das ist wieder so ein Nachlassverwalter Hier unten Okay Der ist ja immer super weit ab vom Schuss Ich hoffe, hier in der Nähe ist irgendwo noch eine Statue Momentan habe ich ja ein bisschen Zen Also wenn es hier was zu holen gibt Ich hoffe, der verkauft nicht mehr als diese Knoppen Gehen wir auch noch ein paar Kürbisflasche Noch so ein Ding Ja, ja, machen wir ja schon Was hast du denn? Ein paar Kügelchen Noch mehr Drachenblut Grüne, mosige Kürbisflasche Noch so ein Ding Äh, führt sich beim Rassen wieder auf Halt zwar kein Giftstatus Reduziert Doch die Ansame an Giften erhöht den Giftwiderstand Der Kürbis wurde aus der Notwendigkeit daraus von denen geschaffen Die vergiftete Landstriche besiedelt haben Man sagt, wenn man lange genug dort lebt Wird man komplett immun gegen Gift Das ist Bei Gegnern, die hat einen vergiften können Die hatten wir ja auch schon Vielleicht gar nicht so schlecht Oder wenn man hier durch die Gegend laschen muss Dann kann man halt immer einfach wieder Einen Schluck davon trinken Um sich kurz Ähm Resistent dagegen zu machen Und wenn es abläuft Hat man ja noch vier weitere Schlücke Ist okay Aber ich habe jetzt das Geld nicht Und ich habe jetzt auch keine Lust dafür Extra Geldbeutel zu investieren Ansonsten noch Gelb Schießpulver Ich glaube nicht, dass ich das unbedingt hier kaufen muss Ich glaube davon kriegt man schon genug Und mehr ist ja dann auch nicht zu holen Da behalte ich glaube ich mein Geld lieber erstmal Vielleicht holen wir uns gerade einfach einen schweren Geldbeutel Nur damit das jetzt sicher ist Weil wir wissen nicht, was uns hier unten erwartet Und mit dem Gift kann man sehr schnell sterben Wenn man nicht aufpasst Dann haben wir das Geld auf jeden Fall schon mal gesichert So, mal gucken, was wir sonst noch Nicht Ja, wohin denn sonst? In der anderen Richtung war ich schon Da geht's nicht weiter In der anderen Richtung war ich schon Da geht's nicht weiter Vielleicht schon interessanter Bin ich nicht nur noch eine Blume finden Vielleicht weiß der Schlangengott Ja, wo ist das? Oh nein Das ist aber doof Der ist ja jetzt schon krank Aber in der Umgebung hier Wundert mich das nicht So, hat gesagt Geh nicht in die Höhle Auf in die Höhle Vielleicht meinte er damit Geh jetzt noch nicht in die Höhle Da fällt mir ein Auf eine andere Richtung Das hier führt jetzt offensichtlich doch nicht dahin Dann machen wir vielleicht doch erst Noch die andere Seite Da war ja glaube ich Ich meine ich hätte da in der Ferne auch noch ein Item gesehen Checken wir doch das hier erst noch ab Naja, hier ist definitiv noch was Vielleicht geht's hier auch einfach wieder hoch Aber nichtsdestotrotz Hier ist ein Item Das will ich natürlich haben Und hier sind Gegner Tour Das ist cool, cool, cool Affen Oh, viele Affen Äh, giftige Affen Ich komme hier nicht weg Oh Gott, jetzt hier noch so ein weißer Alter, die hauen auf die ganzen Alter, das ist krank Okay, das war ein Fehler Sich mit all dem Dreck anzulegen Na, wenn es nur bei dem einen geblieben wäre, wäre es okay gewesen Ist aber nicht bei dem einen geblieben Ähm, da hoch Komme ich nicht, geil Ah, ich jump hier einfach durch die Gegend Aua Stirb Verdammter Affe Hallo Oh shit, ich habe keine Heilmittel mehr Hoffentlich komme ich hier hoch Ich komme nicht hoch Ich komme nicht hoch Danke, ich bin oben Du Arsch Alter, das hat so viele Sinn Und dann auch noch Gift Und dann noch dieser eine mega Schwertkämpfer Der alleine schon ein Problem war Holy moly Ich habe jetzt noch nicht mehr mehr irgendwas Wirklich Gutes gefunden Meinem MS nach Gut, dass ich das Geld gerade Äh, gerettet habe Das war die richtige Entscheidung Ja, ist jetzt die Frage Ob ich nochmal da runter will Oder lieber erstmal woanders hingehe Ich bin mir noch nicht so ganz sicher Aua Hat doch weh getan Auch gut Zack Zack So, dann als nächstes Ich will da rüber Lass mich da rüber Das war doch weiter als ich dachte Ach Okay, wo geht's hin? Ich sehe nix Einfach L2 meschen Das bringt mich schon weiter Okay, ich will eigentlich nur da rüber Weil da war noch ein Item Die Affen da sind mir egal Das ist jetzt kein Boss oder so irgendwas Also warum sich mit denen einen anlegen Wenn ich es vermeiden kann Wenn ich es denn überhaupt vermeiden kann Weil da ist ja auch einer Wenn der mich sieht Nicht, dass die anderen dann alarmiert werden Ist auch so ein Giftaffe, oder? Jedenfalls ist der jetzt fällig Ne, es war so ein Schützenaffe Die sind ja echt mehr Affen als Ape Escape, ey Und genauso geknackt benutzen Die seltsamsten Hilfsmittel Die mir einen Affen auf jeden Fall nicht zutrauen würde Ach, da ganz hinten ist auch noch ein Item Na super Na gut Versuchen wir's Na toll Ich will nur die Items Aber was anderes geht hier doch gar nicht Geh weg Knallquecksilber Was ist das denn? Keine Ahnung Und dieser Affe ist tot Äh, ein bisschen vergiftet Ich bin tot Wieso hab ich nicht Medizin ausgerüstet? Das würde jetzt helfen Wow Und da kam gerade der Schuss Wow So Einmal Gegengift bitte Einmal trinken Und Einmal Gegenmittel Hier Dingens ausrüsten Wieso hab ich das nicht schon viel früher gemacht? Inzwischen haben wir sieben Knallsamen Hm Jetzt haben wir die Naja Aber gegen die Affen zu kämpfen Bringt glaube ich nix Jetzt haben wir jetzt gerade schon ein paar von denen erwischt Und wir könnten sie vielleicht so nach und nach Alle dezimieren Aber ich glaube das bringt mir nix Außer halt die paar Erfahrungspunkte Das heißt wenn ich das überhaupt überlebe Das gefällt mir ja gar nicht mit diesen Dämpfen hier Wenn jetzt wieder ein Kopfloser kommt Dann rass dich aus Wow Was ist das? Wow Okay Nix da Stirb Jetzt ist doch echt immer wieder was Neues einfallen Um mal Items so zu beschützen Sag ich mal So kleine Jumpscares Ich hör's doch schon Wo ist das wie? Kann man da oben drauf Äh nicht wirklich Oh hi Ich hab sie gefunden Nein Ich schätze mal von hier jetzt auf die drauf zu haben Man sollte ja auch eigentlich Man sollte ja auch eigentlich Es ging ja noch hier runter Was bringt das mir denn? Hier sind jede Menge tote Knochen Oh hallo Oh hallo Oh hallo Und tschüss Und tschüss Okay so viel Schaden haben wir zum Glück bekommen Ich hoffe mal Ich hoffe mal Ich nehme mal ein Ich nehme mal ein mit Fressen Ich nehme mal ein mit Fressen Es ist einfach so Es ist einfach zu eng Man rafft gar nichts Schlange du bist im Weg Alter Alter diese Scheißdinger Als ob er nicht schon eng genug wär Ja die würde einen Scheißen machen und sich hier wegbewegen Was? Wo? Ja da seid ihr mir egal Na das andere Item Hätt ich aber auch noch gerne Vielleicht doch über die Schlange latschen Oh shit Da war noch einer Oh das ist scheiße ey Ja natürlich Okay wenigstens ist witzig Ihr Scheißdinger Einfach das Zeug greifen Und wieder abhauen Äh aber wohin abhauen Äh das ist jetzt nicht so geil Ich glaube ich dass das funktionieren wird Ich probiere es trotzdem Oh Ja okay so geht es auch Jetzt bin ich wieder hier unten Oh diese Natürlich ist da noch einer Diese Scheißviecher Das sind bisher auf jeden Fall Die nervigsten Gegner Einfach weg von den Wänden Dann erwischen sie mich schon nicht So jetzt weiß ich aber nicht Wo dieser andere Punkt war Den ich gesehen hab Wo noch das Item war Da oben Wahrscheinlich einfach hier rüber Na nice noch mehr upgrade mit T-Rails Ja ihr könnt mich auch mal Okay Ruminöse Musik Ah da ist die Schlange Was jetzt Was jetzt Hieß es nicht bei der Schlange Soll man irgendwas mit Knallsamen machen Hieß es doch Ähm 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 Ja nicht hier lang Kann ich mich hier irgendwie Nein Okay Ja und jetzt Soll ich mich von der Fressen lassen Oder was Definitiv nicht Haben wir das Wert Die Summe gelöst Aber was dann Ich sehe sonst nix Da ist ja kein Verankerungspunkt oder so Ich spring jetzt einfach rüber Da ist ein Verankerungspunkt Oh Oh Okay Das hab ich nicht gesehen Es war zu dunkel Und hier ist auch so ein bisschen Nebel oder so Okay gut dass Ich den Sprung ins Ungewisse gewagt hab Okay Der hat Schiss Die haben mich heute so geärgert Da hab ich keines rüber Ganz ehrlich Man sieht echt nichts Wow Okay Wie soll ich das machen Soll ich die erst mit einem Stück Schinken irgendwie ablenken oder was Oder muss ich den Angriff beten und dann schnell außen rum oder was Wie soll das gehen Oh Gott Oh Gott Bin ich wieder hier Ja 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 Das Äh Wird dauern Glaub ich Du kommst nicht davon Affe Stirb du Affe Das müsste ja eigentlich gehen oder Nicht wenn ich Nicht greife und einfach volles Roh darauf knalle Dann natürlich nicht Aber es hat immer noch gut genug funktioniert So viel Schaden hab ich nicht bekommen Bin noch nicht tot also Ist das okay Okay So So Hab Nicht hab Hab Oh Gott Jetzt den ganzen Weg hier wieder durch Anstatt halt zwei Ähm Götzen Äh Direkt so nebeneinander zu machen Hätten sie ruhig mal hier irgendwo einen hinpacken können Hier hätte es wenigstens Sinn gemacht So Hallo Du bist tot So Wir wollen uns jetzt nicht mehr um Sorgen zu machen Ob hier noch irgendwo was rumliegt Hoffe ich zumindest So Also hier runter Dann einen Affen hier mitnehmen Obwohl Moment mal Vielleicht ist der ja nicht umsonst hier Ich wüsste jedenfalls sonst nichts um irgendwie die Schlange abzulenken Nur was soll ich Wie soll ich das mit dem Affen machen Wie kann der Affe mir helfen Ja so bestimmt nicht Okay Ich komm auch nicht schnell genug da irgendwie vorbei oder so Und die lässt sich auch nicht da wegbewegen Weil irgendwas muss sich ja geben Zumal ich glaube ich auch gar nicht mehr zurückkomme kann das sein Oh Gott Okay Okay Hier ist tatsächlich noch ein Boden Okay Aber da ist bestimmt nicht mehr oder Ich komm tatsächlich nochmal zurück Die Frage ist wieso Ne das funktioniert nicht Okay Was soll ich tun Knallerbse Wo sind die Dinge überhaupt da Weil bei denen Wir hatten doch irgendwas Von wegen das würde die Den Schlangengöttin oder so Irgendwas mit Heirat oder so Ich müsste das Ding ja noch haben Vielleicht Muss ich das Ding wirklich hier benutzen oder so Was anderes fällt mir nicht ein Ah wo war das denn Nein 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 Dekorativer Brief Auch nicht Beschreibung Da Knallsam wächst von Natur aus den Stoten und die Tänern Den Bewohnern des Versögen Tal zufolge Eignen sich solche Orte für einen Heirats Für ein Heiratsangebot an die große Schlange Wer hier Braut werden möchte Muss den Bauch der Schlange im Tal betreten Hm Ich hab eigentlich gehofft Dass es da ein bisschen Offensichtlicher ist Stimmt hier ist auch noch das mit diesem Samibaru Haben wir auch noch nicht Gefunden irgendwie Ha ich glaube wir sind in der Fassung Immer noch nicht ganz fertig Aber ansonsten Fällt mir jetzt hier echt nichts ein Hat viel gebracht Einfach nochmal versuchen Und hoffen dass du nicht rechtzeitig zurück bist Ich hab keine Ahnung Was soll ich hier machen Vielleicht muss ich das doch wirklich später machen Alter Und die erwischt mich trotzdem Dabei war schon Sollenbanter Ich wurde von der Druckwelle getötet Ne ich glaube Ich glaube man braucht das Irgendwas anderes um die Schlange abzulenken Und ich glaube das kommt ja später Knallsam Okay Hat nicht funktioniert Ich pack die erstmal wieder weg Nicht dass ich versehentlich Alle verballer Und gehen wir jetzt erstmal Hier noch in diese Diese andere Richtung Ich schätze wir sollen sowieso erstmal hier lang Und vielleicht Finden wir ja dann doch noch Irgendeine Mitte gegen die Schlange Wir wissen ja wo es ist Wir werden das schon wieder finden Bis zum Bis zum Bis zum Bis zum Bis zum Oh, hi! Ach du Scheiße, wo sind wir denn hier reingeraten? Wie seht doch den hier vorne an? Wie seht ihr irgendwas an? Danke. Vielleicht sollte ich gar nicht anvisieren einfach. Dann triff ich nichts. Hä? Oh Gott. Wenn ich mich jetzt heilen will, ja, dann erschießen sie mich. Ich habe geblockt, hallo? Ich habe falsche Richtung geblockt. Oh, da ist ein Ding. Wie komme ich da hinten? Okay, die scheinen das Interesse von uns zu haben. Wieso komme ich auf die andere Hand? Da liegen aber auch noch Sachen. Wisst ihr was? So. Vielleicht können wir die so alle auf einmal erwischen. Zumindest ein Teil von denen. Ich muss diesen Schützen erwischen. Aber da sind zu viele im Weg. Ja! Das ist okay. Ich hoffe mal, dass es noch mehr waren. Wow. Der wirft hier irgendein Scheiß nach mir. Okay. Okay. Ich glaube, das war die richtige Technik für die Situation. Wie soll der mich jetzt trotzdem noch erwischt? Oh Gott. Alles gut. Oh, da hat der Affen-Schlaps. Und dafür habe ich die jetzt alle umgebracht. Okay. Ach du Scheiße. Okay. Das war eine Menge Loot. Nichts Grandioses, aber dafür eine Menge. Und wir haben die ganzen Affen gekillt. Die werden es jetzt nicht mehr nerven. So viel steht fest. Da unten liegt noch was. Die Frage ist... Ah doch, da ist ein Ankerpunkt. Wollte gerade fragen. Wie soll ich denn da hinkommen? Okay. So weit, so gut. Aber ich weiß nicht, wie ich da rüberkomme. Ich sage, ich kann da auf dieses Seil springen. Ich hoffe. Das fühlt sich nicht richtig an. Aber es hat funktioniert. Au, das ist die wieder. Jetzt kommt sie wieder da mit. Wo? Ja, wenn da keine Riesenschlange im Weg wäre, dann hätten wir sie auch schon. Okay, vielleicht erklärt ihr mir dann, wie ich an diesem blöden Schlange vorbeikomme. Das kennen wir ja alles schon. Dressiert Affen. Puppenspiel an den Jutsu? Puppenspiel an den Jutsu, das könnte funktionieren. Was anderes fällt mich ein. Ich weiß nicht, was sie sonst meinten. Ich meine, ich bin ja auch schon auf den Affen gekommen. Nur ich bin nicht auf das Puppenspiel an den Jutsu gekommen. Okay, das ist zumindest ein Hinweis. Ui, ui, ui. Ich dachte eigentlich, ich wäre jetzt fast unten, aber nein. Was ist das? Ist das ein Riesenaffe? Mega-Gorilla. Okay. Erstmal rasten. So, gehe ich jetzt zurück und probiere das mit dem Schattenspiel in den Jutsu aus, oder mache ich hier weiter? Ich glaube, ich teste das erst auch, wenn ich noch zurückkommen würde. Ich könnte mich vielleicht an einen der Äste dranhängen. Das könnte funktionieren. Okay. Hat ganz gut funktioniert. Jetzt, wo wir uns auch da hin porten können, ist es ja auch... Kommen wir auch hier relativ gut hin. So, äh, das ist ein Jutsu, habe ich ausgerüstet. Ja, gut. Äh, das hier werde ich wieder umstellen. So, und dann versuchen wir es nochmal. Stylisch. Nix da. Nix da. Okay. Probieren wir es. Ich hoffe, das klappt. Ich hoffe, das klappt. Nice. Ist das cool. Die erwischt ihn doch nicht mal. Alter. Dieser Affe ist mein Held. Hero-Affe. Kleiner Ballon für die Mühen. Und das muss diese eine Schlangenfrucht sein. Getrocknete Schlangeneigewinde. Lecker! Das getrocknete, kakiförmige Herz einer großen Schlange. Die große Schlange ist ein Gott des Landes und das Herz soll das Organ sein, in dem der Geist wohnt. Wieso im Herz? Es endet zwar einer Karkifrucht, doch es sind die Eingeweide eines Gottes. Die Bewohner des versunkenen Tals beten die Organe offenbar an und sehen sie als Vertreter des Gottes. Und jetzt ist es mir. Die Schlange scheint nicht da voll zu sein. By the way, wie komme ich hier jetzt eigentlich wieder weg? Okay, man kann nicht hier unter die Dielen irgendwie kriechen. Öh, ja. Ist hier nicht noch irgendwas? Oder soll ich einfach draufhauen? Ich soll wohl einfach draufhauen. Einen anderen Weg sehe ich nicht. Ich kann hier nicht oben raus oder aufs Dach oder so. Aufs Dach komme ich vielleicht sogar noch. Oder? Nee, ich dachte, da wäre er offen. Oh, doch, da ist tatsächlich ein Ankerpunkt. Okay, ich soll einfach ganz woanders über eine Höhle abhauen. Komme ich da hin, wenn ich hier rumlaufe? Ja, gut. Noch mehr Konfetti. Nein. Umdrehen. Wo ist dieser Ankerpunkt? Da. Okay. Ich habe jetzt keine Ahnung, wofür diese Frucht ist. Oh, aber ich weiß, wo wir sind. Haha. Dann wäre das Rätsel hier auch erledigt. Nice. Dann können wir jetzt einfach hier rasten und zurückreisen, da wo wir waren. Und dann ist dieses Kapitel auch schon abgeschlossen. Kommen wir auch direkt nochmal mit der Alten reden. Und vielleicht kann die uns jetzt mehr erzählen. Ich schätze ja mal, dass die Items für ihre Questline sind oder so. Ich glaube aber nicht, dass das irgendwie Story-Relevanz hat. Dass man die beide braucht. Vielleicht hat das was mit dem Ending zu tun oder so, aber das wäre auch das Höchste der Gefühle. Okay, wer sagt sie nicht. Moment mal, da fällt mir ein... Oh mein Gott. Das Puppenspiel in den Jutsu hätten wir auch bei dem einen Dings benutzen können. Da ist ja ein Gegner. Puppenspiel in den Jutsu, dann lässt der den Drachen für uns steigen und wir können auf der anderen Seite rüber. Das müsste klappen. Dann ist auch das mit dieser Puppe geklärt. Alter, wie gesagt, der Affe ist mein Held. Der hat mich nicht nur... ...das für mich gemacht, was by the way ziemlich cool war, sondern hat auch das andere Rätsel praktisch für mich gelöst. Wenn es denn jetzt überhaupt stimmt, was ich jetzt vermute. Aber es macht schon sehr viel Sinn, finde ich. So, bevor wir da in den Giftfool gehen, gehe ich erstmal noch hier runter und checke mal, was da noch liegt. Ein weiterer Miboballon. Ich schätze mal, hier kommt man dann nur runter. Ich glaube ja nicht, dass das Ding hier irgendwo hinführt. Ich wüsste nicht, wohin. Na, was geht ab? Der liegt da und chillt. Ein kurzes Foto mit mir und dem liegenden Chillertypen. Wunderschön. Hm, aber wie stelle ich mich jetzt hier in diesem Giftfool am besten an? Einfach drauf los. Äh, das ist nicht das, wo ich hin wollte. Löwenaffe? Okay. Das sieht so aus, als könnte ich hier nicht hoch. Ich schätze ja mal, dass wir nicht umsonst noch wieder am Kapute sind. Autsch. Ach, Scheiße. Kann ich den überhaupt locken? Was? Er furzt mich an! Wow, und er wirft irgendwelche Sachen an mir. Oh, shit. Das ist doch bestimmt nicht umsonst hier so viele Pumpte, oder? Ich seh aber auch nicht, was die irgendwie großartig springen sollen. Alter, das sieht ja komplett aus. Mir fällt was ein. Äh, Feuerwerk. Das mögen die ja nicht, oder? Es ist doch ein Tier, oder nicht? Oh, shit. Nein, 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 nein. Nein, hau ab. Ich sagte, hau ab, verdammt, nochmal. Nicht geh da hin. Nein, okay, cool. Ja, das ist nicht so, dass ich, okay, cool. Ja, warum? Warum geh ich jedes Mal da hin, ich Idiot? Und diesmal ziemlich interessiert. Okay, cool. Oh, ich hab ja gar keine Ahnung. Scheiße. Ich sterb ja einfach. Jetzt weiß ich, jetzt weiß ich, was er so drauf hat und dass ich das, äh, das voll weg benutzen kann. Ich weiß noch nicht, wie ich das am besten einsetze. Ich kann's halt auf jeden Fall einmal benutzen, so für Free Damage. Aber ansonsten, es ist schwierig, weil der halt auch so ein wildes Zeug macht, irgendwie. Ähm, ich dachte zuerst, man kann's gar nicht wirklich parieren, aber man kann's doch perfekt parieren. Nur, äh, es ist halt sehr schwer, weil das alles so random ist, was ich immer. Also, keine Ahnung, ich kann da kein Timing wirklich erkennen. Ich drück einfach und hoff, dass ich's, dass ich's treffe. Und was die ganzen Punkte hier sollen, weiß ich auch noch nicht so echt. Also, sie führen auch nur so im Kreis. Vielleicht, wenn irgendwas Bestimmtes passiert, dann... Vielleicht kann man damit zu ihm halt so auf den Kopf springen. Aber was anderes fällt mir nicht ein, was mir das bringen soll. Oh, wow. Gute Eröffnung. Gute. Gute Eröffnung. Das war's für heute. Ich wär das im Kampf noch nicht so echt schlau, als recht wenn mein Charakter einfach nicht ausstehen will, was ich sehr hasse. Ich sag mir, okay, vielleicht bringt es was hin zum Runden, aber irgendwie nicht. Oh, shit. Okay, man darf auch nicht zu nah ran, wenn er umfällt. Du musst schon warten, bis der Umfall ist, idealerweise. Jetzt war's ihm wieder egal, ich glaub das nicht. Aber ich glaub, es macht schon mehr Sinn, auf Vitalität zu gehen, anstatt nur seine Dings zu versprechen. Ich hab irgendwie das Gefühl, es bringt nicht viel. Äh, das ist sogar so eine so richtige Furzgebräuche. Und ist das Scheiße, die sich aus dem Arsch zieht, oder was ist das? Will ich's wissen? Wieso hab ich's nicht getroffen? Okay, das hat ihm weh getan. Was ist das? Okay. Das soll neu. Nein, nicht das schon wieder. Nein! Oh Gott, der ist nicht auf mich drauf gefallen. Na, f 여기까지 geht's. Oh Gott, der wird in Sprache岩 spürt. Oh Gott. Boah, das war schlecht. Keine Geist im Däden mehr. Okay. War eine Idee, war aber keine Idee. Ach komm schon, bitte. Das muss ja jetzt noch zu schaffen sein. Yes. Come on. Bam. Ab dafür. Wuh. Da hab ich dem Affen Zucker gegeben, würd ich sagen. Fand der gar nicht so lustig. Der ist definitiv tot. What? What? What the hell? Das war nur die erste Phase. Holy shit. Okay, bewegt sich jetzt sehr komisch. Und ich hab absolut keine Heilmittel. Ich hab gar nichts mehr. Und weil es sich so komisch bewegt, ist es super schwer an den Rand zu kommen. Was ist das? Ich weiß es nicht, aber es tut weh. Und es macht Furcht. Und ich hasse Furcht. Was zur Hölle geht hier eigentlich ab? Dieser Moment, wie du dich fragst, was gerade passiert ist. Muss ich den jetzt nochmal umbringen, oder bin ich jetzt automatisch in der zweiten Phase? Ich muss es nochmal machen. Ach du Scheiße. Holy shit. Okay, aber ich finde, die erste Phase ist machbar. Das wäre natürlich sehr viel einfacher gewesen, wenn er die erste Phase schon erledigt wäre und er jetzt sofort hier kopflos startet. Aber gut, das ist ja halt auch ein Gegner, der nur zwei von diesen... Der halt nur keine zwei von diesen Lebensleisten hat, sondern eben nur eine. Und da macht das dann Sinn. Also... Das ist eigentlich schon cool, weil er hat eigentlich zwei Lebensleisten, wie jeder andere Boss. Aber dadurch, dass hier nur eine angezeigt wird, erst mal, ist das halt eine nette Überraschung. Das war halt schon krass. Da bin ich jetzt richtig... Was einfach anders. Also finde ich richtig cool. Auch wenn der Boss ist jetzt... Also die Haltung hatte ich das Gefühl, die sinkt gar nicht, ab einem gewissen Punkt oder so. Also ich glaube, man muss wirklich einfach auf Vitalität spielen. Man muss einfach Dark Souls spielen. Also durch die Gegend springen und mich bewegen und so. Das hat viel mehr gebracht, als versuchen einfach stur alles abzuwehren. Zumal der mit diesem Greifen und so, da ist auch nicht so... Wenn er da diesen Stein wirft oder Scheiße oder was auch immer das ist, weiß ich auch nicht, ob man das hätte perfekt blocken können oder so. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Also ja, das hat schon mehr Sinn gemacht, wirklich auf die Vitalität zu gehen und... halt immer die Punkte zu tun, wo man zuschlagen kann. Aber jetzt im Zweiten, da bewegt er sich so unglaublich komisch. Okay, wenn man seine Distanz hält, okay, dann erwischt er einen nicht. Bisher jedenfalls. Ich weiß nicht, ob er noch irgendwelche Fernangriffe hat oder so. Aber man kommt dann auch nicht an den Rand, um einen Schaden zu machen. Ich weiß nicht, ob in der zweiten Phase dann hier das Feuerwerk noch irgendwas bringen würde. Aber in der ersten Phase ist es auf jeden Fall sehr nützlich. Und das war so ziemlich die einzige Strategie, die ich so gefunden habe. Ansonsten halt ausweichen, warten, bis er da zu Ende geraged hat oder halt blocken, wenn man zu nah dran ist und dann den Punkt suchen, wo man angreifen kann. Das ist so die Taktik, schätze ich. Nur gegen Phase 2. Da müssen wir uns jetzt irgendwas einfallen lassen. Und in der nächsten Episode werden wir das Vieh dann aber auf jeden Fall legen. Das kann ich euch schon mal versprechen. Und einen anderen Weg haben wir ja momentan gar nicht. Und man kann da rein und da muss irgendwas sein. Und da nehme ich an, ist dann dieser... dieser... diese Blume oder das nächste Gebiet oder so. Ich bin gespannt, wann was wir da finden. Aber dafür müssen wir erst mal dem den Kopf abschneiden und dafür sorgen, dass er auch abbleibt. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Bis dann!